Hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play vom Landwirtschaftssimulator 19. Ja Leute, heute sind wir hier mit dem Holztrailer unterwegs. Hier im Ostalgie-Projekt. Denn wir wollen die Baumstämme aufladen. Die wir hier gefällt haben. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist doch zum Kotzen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber erstmal müssen wir hier noch ein bisschen was kürzen. Haben wir eigentlich eine Motorsäge? Hier mal gucken. Motorsäge. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann lagen wir weiter Holz auf. Versuchen es zumindest. Ach nee. Hier ist es so eine eigene... ... Gar nicht so einfach. Wie es gerade aussieht. Mann. Hmm. Oder müsste ich doch erst mit dem Baumfräse hier lang? ... 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 Hä? Wieso lädt der jetzt nicht? Ok Okay. So, dann bringen wir das wieder weg. Die Produktion ist ja schon gestartet. Die Produktion ist ja schon gestartet. Eigentlich könnte ich ja die Baumstämme bzw. die Bäume, die hier stehen, auch noch nehmen. Ach, wieso geht das ja nicht? Ich kann nicht laufen. Ach, lassen wir es mal. Ich kann ja auch ein paar Baumstämme hier in den Holzhacker reinschmeißen. Rein theoretisch. So, aber Leute, das war es denn erstmal hier für heute. Okay. Ich mache noch ein bisschen Offscreen weiter. Dann sage ich mal Bye Bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.